Ja, ich komme gerade aus der Werkstatt und ich grüße euch alle da draußen in den unendlichen Weiten des Internets, liebe Zuschauer und auch euch ganz, ganz besonders herzlich, ihr lieben Abonnenten. 2000 Abonnenten habe ich jetzt erreicht. Ja, das ist ein Meilenstein, ne? Ja, und Anlass genug, ein Meilenstein mal kurz anzuhalten und auszuruhen. Standortbestimmung, dankbar auf den geschafften Weg zurückblicken. Mancher war ja mit mir elektronisch auf der Bergtour. Ja, ich habe nun die 2000 Abonnenten als YouTuber erreicht und das ist auch ein Meilenstein in meinem Leben. In meinem elektronischen Leben, in meinem Teil des Lebens, den ich auf Video dokumentiere und dieser Teil meines Lebens, in das ich euch hereinlasse, in einen Teil meines Lebens in in meinem Werkstatt leben. Ja, man gibt schon einiges von sich preis. Man hält sich allerdings selbst den Spiegel vor, wenn ich mich selbst beim Videoschneiden beobachten muss. Würde ich nie machen. Nee, Film lasse ich mich nicht. Habe ich schon oft gehört. Dabei täte es manchem wirklich gut, sich selbst mal zu spiegeln und die eigenen Marotten und schlechte Aussprache und schlechten Angewohnheiten anzuschauen. Was man nämlich mit seinem Auftritt auch irgendwo anders, was man mit seinem Auftritt anderen alles zumutet. Ja, wie hat mich das früher auch gestört? Die Filmkamera im Verkaufstraining. Ich war ja Chemieverkäufer im Außendienst. Nein, ich wollte mich nicht von so einem teuer eingekauften Verkaufspsychologen umkrempeln lassen. Ich war doch erfolgreich mit meiner eigenen, bildet mir ein, ehrlichen Art. Ich war doch authentisch. Dennoch kann auch so ein Video helfen, besser zu werden. Never Ending Improvement, also die nicht endende Verbesserung. Nie aufhörende Optimierung. Seit ich vor 40 Jahren für DIN ISO Zertifizierung als Qualitätsmanager arbeitete, versuche ich diese Grundhaltung auf mein Leben, auf mein ganzes Leben anzuwenden. Und das ist nicht unbedingt Perfektionismus, der mir auch oft unterstellt wird. Wie auch der Apostel Paulus sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Aber ich jage ihm nach. Er meinte zwar den Kleinod der himmlischen Berufung. Naja, nachjagen. Ich komme mir dabei oft vor wie bei einem meiner Marathonläufen vor 20 Jahren. Der Sieger lag schon lange auf dem Sofa daheim, als ich zwei Stunden nach ihm endlich eintrudelte. Nun ja, YouTube. Boah, 2000 Abonnenten. Und noch viel mehr gucken meinen Kanal. Es sind ja gerade mal 10% der Zuschauer, die abonniert haben. Als Redner bei meinen Kundenschulungen stand ich vor 50 Leuten. Und jetzt sind es hier durchaus mal 20.000. Warum mache ich das überhaupt? Meine selige Mutti lachte sich vor ein paar Jahren kaputt, als ich ihr zu Füßen etwas reparierte. Hihihi, ich denke, mein Großvater kriecht vor mir rum. Sie meinte, ich wäre meinem Urgroßvater so ähnlich. Ich habe den nie kennengelernt. Der war wohl auch ein begnadeter Bastler. Wie gern würde ich dem alten Gustav bei seinen Tüfteleien vor 80 Jahren zusehen. Und ich selbst habe viel von alten gelernt. Meine Enkel könnten das mal, die Videos anschauen, meine. Und ich denke, die Videos sind bei YouTube sicherer als auf meinen empfindlichen Festplatten. YouTube. Warum mache ich YouTube? Jetzt mache ich mal Werbung für YouTube. YouTube ist ja eigentlich nur eine Suchmaschine. Mit YouTube kann man gut finden, was man gesucht hat. YouTube und Google, das ist eine starke Plattform. Das ist nicht so bei Instagram und Facebook. Ruckzuck ist da dein Post wertlos nach ein paar Tagen. Bei YouTube bekommst du Aufmerksamkeit noch nach Jahren. Jeder Nutzer von YouTube, also ihr, seit ca. 50 Minuten pro Tag auf YouTube und ihr seid aufmerksam dabei. Bei Instagram, da geht das nur so im Bus, echt nebenbei, mal durchscrollen. Aber auf YouTube kannst du Impulse geben und kannst selbst Mehrwert bekommen und deinen, der vielleicht interessant sein könnte für andere und kannst deinen Mehrwert anbieten. Und bei YouTube hast du eine wirklich gute Interaktion mit deinen Zuschauern. Das ist da weniger personengebunden, mehr thematisch sachbezogen. Ich habe erst vor kurzem einen Freund empfohlen, wegen deinem Heizungsthermostat, guck doch mal nach. Ja, tatsächlich, mehrere Videos hat er gefunden und wusste gleich, sich zu helfen. Das heißt, andere haben ihm geholfen. Ja, Facebook gucke ich zwar auch mal rein, aber selten bekomme ich da was für meine Interessen, eigentlich nur in den Gruppen. Zum Beispiel meine E-Bike-Gruppe. Wenn da einer ein Problem hat, dann haben alle anderen auch was davon. Die Gruppe habe ich gegründet, sind mittlerweile über 100 Mitglieder. Ja, YouTube ist an die Stelle meines Fernsehens getreten. Hier kann ich, wann und was ich will. In YouTube tauche ich gerne tiefer in ein Interessengebiet ein. Auch mal in was völlig Neues. Und dann bekomme ich dann immer tiefere Informationen geliefert. Kann ich angucken, muss ich aber nicht. Ich baue eine Verbindung auf mit anderen YouTubern, mit meinen Abonnenten, mit euch und mit meinen Zuschauern. Und es entstehen sogar rein elektronische Freundschaften. Man denke an den Stickertausch, den ich nicht besonders forciere. Aber die Sticker mit den Freunden, da dran erkennt ihr, mit denen bin ich am intensivsten im, ja nicht im Stickertausch, sondern im Austausch. Auch mit Kommentaren unter den Videos von meinen YouTube-Freunden. Ja, die Zielgruppenabdeckung bei YouTube ist sehr groß. Die jungen Leute sind auch älter geworden und nicht mehr bei Facebook. Die sind abgewandert zu Instagram oder vielleicht sogar zu noch neueren und moderneren und jüngeren. Mein Instagram-Account als Fotograf ist, ja, viel wertloser geworden. Vor 10, 12 Jahren waren da hauptsächlich Fotografen, also die mit Kamera und Objektiv, Blendezeit, ISO. Dann kamen alle Telefonknipser und überschwemmten Instagram, ach, mit ihren Hochformatfotos vor allen Dingen. Ja, mancher schimpft heute auf das böse Facebook und wechselt zu Instagram und hat es vielleicht noch gar nicht gerafft, dass das das Gleiche ist. Bei YouTube erreichen wir alle die Kids, ihr Peppa Big, also Kinder, irgendwelche Kindervideos und auch betagte Senioren finden was. Man muss noch nicht immer angemeldet sein, um YouTube zu nutzen. Aber der Account ist kostenlos. Und zum Glück kommt noch keine Werbung auf YouTube von Kitschimea Reizdarm. Bei YouTube können wir mit Links arbeiten. Das ist bei YouTube extrem einfach und vor allen Dingen auch möglich. Die YouTube-Plattform ist sehr gut gewachsen und auch besser geworden. Nervig bei Instagram irgendwelche Storys zu machen und Leute zu suchen und musst immer alles am Smartphone in diesem Ätzenden Hochformat machen. Und wenn du mal was suchst, was 14 Tage her ist, dann kannst du dir einen Wolf suchen. Bei YouTube kann ich festlegen, wie mein Account aussehen soll, was immer in meiner Videobeschreibung stehen soll. Ich kann wirklich professionell mit dieser Plattform arbeiten und kann sogar Monate im Voraus Videos produzieren und erst einstellen, wie ich das einprogrammiere. Du kannst dein Smartphone, du kannst dein iPad, du kannst einen Rechner nutzen. Das ist eine Plattform, die mich auch mitverdienen lässt. Ich glaube nicht, dass ich reich werde damit, aber immerhin, ich werde beteiligt bei den Werbeeinnahmen. Also ab 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden, also die Watchtime in den letzten zwölf Monaten, dann wirst du YouTube Premium Partner. Und bei YouTube ist das klar geregelt und strukturiert. Und ich merke das, wie YouTube mit mir, mit den Nutzern fair und partnerschaftlich umgeht. Vielen Dank an der Stelle. Da hat mir schon mal einer gesagt, irgendwann wird es YouTube nicht mehr geben. Ja klar, jeder weiß heute was. Ich bin überzeugt, YouTube wird es noch eine ganze Weile geben. Dahinter steht Google, eins der wertvollsten weltweiten Unternehmen. Und YouTube ist die einzige Social Media Plattform von Google. Warum sollen die das abschalten? 2.000 Abonnenten. Danke. Diese 2.000 sind nun auch Antrieb geworden. Das heißt, ich muss was liefern. Nee, stressen will ich mich aber nicht lassen. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Nein, ich will nur so viel, wie ich Lust dazu habe. Das kann ich mir leisten. Ich betreibe den Kanal nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen. Vielleicht kriege ich dieses Jahr ein paar Euro von YouTube. Da zahle ich dann den Werkstattstrom davon. Und wenn ich mal eine Maschine gesponsert bekomme, dann sage ich auch nicht nein. Ich muss doch nicht wie jüngsten YouTube-Kollege euch Abonnenten anbetteln. Schreibt mir mal, was ich basteln soll. Und dann zeigt er, wie er sein Aufgeschichte des Brennholz beleuchtet. Also schlimm, wenn einem die Ideen ausgehen. Und wenn man dann als erfolgreicher YouTuber in eine neue Werkstatt umziehen muss, damit man wieder was zu filmen hat. Nee, das brauche ich nicht. Kreativen Menschen gehen doch die Ideen nicht aus. Wie ein Maler, der weiß nicht mehr, was er malen soll. Wo gibt es denn das? Guckst du in die Natur, findest du immer was? Na klar, man kann auch mal was neu machen in der Werkstatt. Also was, was man schon vor einem Jahr gebastelt und gefilmt hat. Das kann man auch nach einem Jahr noch einmal machen. Und vielleicht auch etwas aufwendiger. Das ist ja dann meistens so schöner wie vorher. Aber ich muss keinen French-Glid-Halter für meinen Kugelschreiber bauen und filmen. Ja, wie hier zum Beispiel an meiner Beinzange. Da habe ich die Tage dran gearbeitet. Und Beinzange, ja, Leckweiß heißt in Englisch, also Schraubstock, den ich mir nachträglich an meine Werkbank... Ich bin ja eigentlich ein Metaller, deswegen ist da der fette Schraubstock daneben. Aber ich brauche als Holzwerker natürlich auch so eine schreinermäßige Spannmöglichkeit. Und guckt euch das Video dazu an. Das habe ich vor einem halben Jahr gemacht. Ja, Leute, wenn ihr mehr von meinem digitalen Bastelalltag sehen wollt, schreckt nicht zurück und lasst ein Abo da. Und ihr 90-Prozentigen holt euch den kostenlosen Google-Account, damit ihr die vielen YouTube-Vorteile entdecken könnt. Dann könnt ihr nämlich Kommentare schreiben. Dann könnt ihr mir auch mal einen Daumen nach oben geben. Ich bedanke mich nochmals in aller schärfster Form, dass ihr meinen Fernsehersatzkanal anschaut. Sagt es weiter. Gruß an alle, schrieb meine Oma immer unter ihre Briefe. Ja, Gruß von mir an eure Oma, an euren Opa, euren Briefträger, an den Friedhofsgärtner, an den Bademeister, jeden, den ihr seht. Bye, bye, schafft der Bastelalltag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.